Guten Morgen Deutschland und ein wunderschönes Wochenende wünsche ich Euch. Was ich Euch heute erzählen werde, werden viele nicht für möglich halten und regelrecht schockiert sein. Ich bin es definitiv und wenn ich nicht schon Veganer wäre, würde ich nach diesen offiziellen Statistiken und vor allem der Konklusionen seitens der deutschen Behörden sofort aufhören auch nur noch eine Faser Rindfleisch zu mir zu nehmen. Für diejenigen unter Euch die noch Rind verzehren, könnte dieses Video und die Informationen des Berichts der Lebensmittelsicherheit damit enden, dass das Wochenende komplett versaut wird und von daher die Informationen, wenn ihr Euch dies nicht antun wollt, wenn ihr die Wahrheit nicht erfahren wollt oder ertragen könnt, dann könnt ihr jederzeit bei den Infokarten hier oben links rechts oben von Euch zu dem Video von einem Fotoshooting mit Silke Leopold und entsprechend schön Fotos wechseln, dass ihr da auch angenehm ins Wochenende starten könnt. Und nun kommen wir zu den erschütternden Fakten, die uns der Bericht für Lebensmittelsicherheit sind. Das Heftchen ist unten verlinkt. Also heute geht es um die nationalen Rückstandskontrollen für die in Deutschland geschlachteten und in den Handel gelangten Rinder. Und nochmal der Hinweis darauf, dass hier ist eine offizielle Quelle, keine Verschwörungstheorie oder irgendwas, dass man etwas vermutet, sondern das sind die knallharten Fakten. Sie werden auch jährlich vom Springer Verlag publiziert, aber irgendwie scheinen sie nicht den Weg in die breite Öffentlichkeit zu finden und da liest man lieber irgendeinen Roman oder die Bild-Zeitung anstatt sich mal mit den wirklich ernüchternden Fakten unserer Ernährung zu beschäftigen. Wir schauen einfach weg, weil wir uns, ja wir wollen einfach nicht wissen, was abgeht. Ich nehme mich da auch nicht aus, was die Ernährung angeht war ich quasi mein ganzes Leben lang genauso unbewusst wie es der Großteil der Menschen in Deutschland auch heute immer noch ist. Aber gut, jetzt kommen wir zu den Fakten. Ich nenne hier wirklich nur die für mich schwerwiegendsten und radikalsten Fakten und das ist auch nur die Spitze des Eisbergs. So aber jetzt wirklich mal zu den Fakten. Es wurden 318 Untersuchungen von Proben durchgeführt, wo es darum ging inwieweit eine Überschreitung der Höchstgrenze angehalten von chemischen Elementen zu finden sei, z.B. Quecksilber, Cadmium, Kupfer, Blei usw. Und jetzt anschnallen. In 119 von 318 Proben, das sind fast 40% wurde eine signifikante Überschreitung der Höchstgrenzen dieser Elemente festgestellt. Für jedes untersuchte Element wurden Rinder trotz der von meinem Empfinden geringen Anzahl an Gesamtproben gefunden, die damit kontaminiert wurden. Dabei lagen vor allem bei den Proben die als Kupfer untersucht wurden über 2 Drittel der Proben, also über 66% darin über den Grenzwerten und nicht etwa knapp drüber, sondern im Durchschnitt über das Dreifache der Grenzwerte. Der Grenzwert liegt bei 30mg pro Kilogramm und der Mittelwert der Proben war bei 94,6mg pro Kilo. Ein Überschussten Kupfer ist vor allem Auslöser und Katalysator an psychischen Erkrankungen und schaut Euch doch mal unsere Gesellschaft an, Burnout, Depression, Angststörungen usw. Da müsste man doch gerade was Kupfer angeht besonders sensibilisiert sein. Wie reagieren die deutschen Behörden darauf? Ich zitiere jetzt sinngemäß. Die Auswertung der Kupferbefunde ergibt eine relativ hohe Anzahl an Höchstgehaltüberschreitungen. Da der Einsatz von Kupfer als Futterzusatzstoff erlaubt ist, muss der zulässige Höchstgehalt ebenfalls angepasst werden. Also noch einmal, dass Ihr die Absurdität wirklich begreift, mit der man gesetzliche Regelungen durchschwingt. Es gab zu viel Kupfer in den Rindern, also wir haben nicht die Betriebe angehalten darauf zu achten, dass die Grenzwerte zur Erhaltung der menschlichen Gesundheit eingehalten werden, sondern weil es so viele Überschreitungen gewesen ist, ist es doch einfacher die Grenzwerte anzuheben. Und die Begründung steht auch wieder da, weil Kupfer als Futterzusatzstoff erlaubt ist. Ohne Werte einfach nur weil Kupfer per se erlaubt ist, daher ist es auch ok wenn die Grenzwerte irgendwie angehoben werden und die Grenzwerte die von Medizinern empfohlen wurden nicht überschritten werden sollten. Weil die Agrarindustrie einfach sagt Kupfer als Futterzusatzmittel ist erlaubt. Was ist denn das für ein grenzenlos, respektloser Umgang mit der menschlichen Gesundheit. Das ist unfassbar skandalös. Aber hier sind wir noch lange nicht am Ende. Bei rund jedem zwölften Rind wurde eine Quecksilberüberschreitung festgestellt. Entsprechende Befunde wurden dann an die entsprechenden Behörden weitergeleitet. Und ich habe in einer Behörde gearbeitet und weiß wie da gearbeitet wird und wie verdammt nochmal der Weg des geringsten Widerstands gesucht wird und wie die Faust aufs Auge passt. Also Quecksilberüberschreitungen bei den Rindern werden wie folgt behandelt. Neben den Umweltkontaminationen wofür der Landwirt nichts kann, wird auch das hohe Alter der Tiere mitverantwortlich sein. Hohes Alter der Tiere in der Rinderzucht. Muss ich da noch irgendwas dazu sagen? Und um diesen ganzen Irrsinn noch die Krone aufzusetzen noch folgender Fakt, es wurde das verbotene Antibiotikum Chloramphenicol was zu einer dosisunabhängigen, das heißt egal wieviel man von diesem Stoff nimmt irreversibel, d.h. nicht rückgängig zu machen, Knochenmarksaplasie führt, dazu wirkt es neurotoxisch, kann zu Hexheimreaktionen führen und und und. Das ist aber eigentlich alles scheißegal, weil das Zeug ja verboten ist, aber man hat es gefunden und entsprechend an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Und was machen die zuständigen Behörden? Ich zitiere den Satz kann ich genau. Im Rahmen der Ermittlungen konnte kein schuldhaftes Verhalten seitens des Landwirts festgestellt werden. Wollt ihr mich verarschen? Das Rind hat sich selber ein verbotenes Antibiotikum gespritzt oder wo ist die Begründung dafür? Das stinkt doch so dermaßen zum Himmel und keiner untersucht das wirklich. Hier werden wissentlich Menschen geschädigt und keiner interessiert sich dafür. Das ist so abgrundtief erschütternd für mich und das sind nur die offiziellen Zahlen und Statement. Da kann man sich ganz leicht ausrechnen was da wirklich abgeht in der Rinderzucht. Und ich habe noch nicht mal angefangen Euch die anderen Ergebnisse vorzulegen. wie der Wert für die Überschreitung für die Grenzwerte für sonstige Arzneimittelrückstände. Der hat sich zum Vorjahr verdoppelt. Das ist einfach nur unglaublich was in der Tierproduktion abgeht. Was wir hier in unserem Land mitmachen. Verbreitet diese Informationen. Zeigt den Leuten was sie essen. Verweist auf diese offiziellen Berichte. Ich werde das Büchlein auf jeden Fall erstmal ein paar Tage zur Seite legen. Ich wünsche Euch trotzdem ein tolles Wochenende und sorry dass es wieder emotional wurde. Aber das kommt einfach in mir hoch. Ich bin auch ein Mensch und wer bisher nicht auf Fleisch verzichtet hat der kann vielleicht so dieses Video als Motivation dafür nehmen. So als letzten Ruck dafür da seinen Fleischkonsum nochmal zu überdenken. Weil das ist skandalös was da abgeht. Und das war jetzt nur die Rinderzucht. Und die Rinder gelten noch als das sauberste und als die am wenigst kontaminiertesten Fleischzutaten innerhalb vom Supermarkt. Also es ist einfach nur krass. Aber gut wir sehen uns morgen wieder und ich wünsche Euch trotzdem ein schönes Wochenende. Machts Gute Euer Christian. Tschüss.